weil der fucking door is closed okay die müssen wir öffnen damit wo könnte es sein moment hier geht es doch auch noch mal hoch oder kann da kam ich gerade runter hier ist noch eine tür genau öffnen bitte danke freaky freaky und so ja genau hoch oder runter wahrscheinlich hoch erledigt jetzt aber dafür allerdings auch keine munition mehr gehen wir erstmal in die richtung was was kann das was kann das nix aber das scheint die andere seite zu sein wo ich eben nicht reinkam okay das wünschen doch noch mal es sei denn wir würden noch mal munition bekommen moment ist das nicht so ein munitionsspender oder doch wieso konnte ich den eben nicht anwählen nein wegen der waffe macht sinn das macht sinn ich muss ja die hier dafür benutzen okay das bedeutet jetzt sind wir wieder hier wo wir vorhin auch waren danke ja genau okay das war die seite wo wir eben nicht durch kam sehr schön danke für den like okay da geht es irgendwie irgendwie rein alles klar du willst es i know that so jetzt haben wir überhaupt keine munition mehr aber das riecht nach reloaden ne nur energie na gut schiss energie schiss dann ziehen wir die uns aber direkt rein so sauber das bringt uns jetzt alles nichts mehr gott also was auch immer danach kommt muss mit dem ding hier besiegt werden weiter nach oben joo so komme ich aber nicht dahin wo ich hin will oh hi da kommt er wieder sieht oder naja halbwegs gesicht aufs Ah, das öffnen wir jetzt. Hey, hey, hey. Ich vermute fast, du wirst dabei drauf gehen, ne? Was auch immer du bist. So, wo ist das Teil? Ah, da. Der hat gesessen. Ah. Hey, ja geil. Das nehme ich doch. Das lasse ich mir nicht fünfmal sagen oder so. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Damit sind wir wieder recht gut dabei. Mehr gibt es hier auch nicht, ne? Sieht zumindest mal nicht so aus, ne? Dann können wir uns hier langsam schon mal zurückbewegen. No, oder auch nicht. Natürlich nicht. Hey! The fuck? Okay, 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 okay. Leave me the fuck alone. Au. Alter, wo bin ich? Ich sehe nichts mehr. Komm schon, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Und jetzt lade, bitte. Lade, lade, schneller. Alter. Jetzt könnt ihr kommen. Super, da habe ich damit die ganze Munition jetzt schon wieder verschwendet, hä? Naja, nicht wirklich, aber... Ein paar Schuss schon. Hammergeil. Okay, jetzt muss ich aber erstmal da runter wieder. Weil ich jetzt da rein kann. Okay, so, bam. Das war dumm. Ich hätte aber eigentlich damit rechnen müssen, dass da natürlich Gegner kommen. Die hätte ich vielleicht auch besser loswerden können. Aber egal. Warte mal, wo war denn das? Hat mir doch irgendwo ein Durchgang. War noch so einer. Jetzt kommen sie aber, hä? Au. Hallo. Leck mich am Arsch. Okay, das war's sick. Und bin ich eigentlich schon komplett überwuchert irgendwie. Okay, gut. Äh, da war doch der Weg rein. Irgendwo da. Äh. Und da ist das andere Gerät. Das ist schön. Wenigstens haben wir das jetzt auch da oben wahrscheinlich. Jetzt müssen wir das Rätsel nur noch lösen können. Irgendwie. I don't know how, aber wir werden sehen. Hauptsache uns kommen jetzt nicht noch 5000 von den Viechern entgegen. Ja, schade. Das lädt auch niemals nach. Gut, hätte ja sein können. Aber das ist offensichtlich, hallo. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann bin ich ja absolut gespannt, äh, wie hart wir jetzt bei allem drauf gehen wahrscheinlich. Ich will es ja nicht beschweren, aber... Allzu viel darf uns jetzt nicht mehr in die Quere kommen. Das ist der Raum, ja. Okay, gut. Why is that... Why? Kommt dieses gottverdammte Licht her? Ist das jetzt einfach offen oder... Glaube ich nicht. Ne, das hätte mich auch gewundert. So, gibt es irgendwelche Hinweise? Nein. Neun. Seinen. Ach. Whatever that is. Okay, gucken wir mal. Jetzt macht das Ganze hier aber auch Sinn. Okay, die bewegen sich synchron. Was für uns jetzt bedeutet, wir müssen erstmal möglichst ganz weit da rüber. So. Genau, die bewegen sich synchron. Jetzt kann ich sie nämlich quasi so. Bringt uns nur nichts. Jetzt müssen wir irgendwie in den oberen Bereich. Können wir von hier aber nicht. Ja, das ist natürlich nice gemacht, ja. Wie komme ich denn da oben ran? Da. Und dann... Irgendwie muss ich da hochkommen. So. Genau. So, so, so. Und jetzt kann ich das Ding hier rein bewegen. Ja, easy. Haha. What? Okay, jetzt habe ich ein bisschen gepanickt, aber das wohl zurecht. Was passiert hier? Was ist los, Mann? Ähm. Okay. What? Bye. Also. Äh, ne. Jetzt geht es hier gar nicht mehr hoch. Was? Was ist hier passiert? Bin ich jetzt aus dem Vieh rausgeflogen, oder was? Was ist passiert? Hallo? Also, ich bin irgendwo raus, ja. Problem? Ich komme hier sonst nirgends mehr raus. Also doch, es muss da oben sein. Der Weg ist jetzt wahrscheinlich offen. Irgendwie. Ähm. Muss ich nur mal gucken, dass ich da hochkomme. Ja, okay. Ja, 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 ja. Okay, gut. Geht doch. Was ist passiert? Was ist passiert? Okay. Okay. Ah. Es ist beängstigend ruhig hier. Ah, ja, okay. Das sind die Reste. Aber wo ist der ganz andere Rest von dem Vieh? Alter. Ah, wir sind jetzt hier. Das ist schön. Aber. What? Lässt er mich jetzt mal los? Nein. Oh. Okay, das Game sagt mir, es soll hier wegfahren. Aber will ich das? Habe ich eine andere Wahl? Nein. Okay, dann Nixi raus. Ähm. Okay. Was ist das alles? Interessant. Ah. Na gut. Ähm. Mhm, mhm. Na gut, na gut. Ich sage jetzt einfach nichts, ja. Ich bin... ... ... ... ... ... ... ... ... Was das hier gerade angeht. Okay. Cool. Jetzt bin ich in einem völlig anderen Bereich anscheinend. Ja, sop. Ja, sop. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020